Sie wollen also Ihr Leben ab sofort ändern. Ganz genau. Es ist nie zu spät... Vollgas! ...neu anzufangen. Shirley MacLaine. Du war ich liebe und atme. So wie du aussiehst, wäre ich mir da nicht so sicher. Amanda Seyfried. Sie sind wirklich ein harter Brocken. Ich bin, wie ich bin. Zu guter Letzt. Ab 13. April im Kino.